Der rennt schon wieder. Natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Vermintide 2. Wieder mit dem Skulldur natürlich. Der schon wieder vorrennt und alles mit dem Bogen macht. Was sind das für Viecher? Hatten wir die schon mal? Die kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern. Nein, hier ist eine Bombe. Hatten wir die Viecher schon mal? Als Gegner? Das sind doch die ganz normalen Chaos. Achso. Wieso? Also gegen die habe ich gerade gekämpft. Ja. Die sind gerade aufgetragen. Das ist irgendwie gerade ganz doof. Kommst du dir rüber? Oh, mach. Da müssen wir eigentlich hin. Hier, oder? Nee. Hä? Ich glaube hier. Ah ja, hier. Alles klar. Bons hat einfach weggehauen. Alles klar. Was ist du oder der andere? Der andere. Vorsicht, da ist irgendwas. Alter. Ach, wir müssen da, da? Nee. Okay. Oh, lol. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Der hat mich gerade voller Schrocken. Boah. Wo sind sie denn? Äh, hier über die Brücke drüber? Ah, ich hab da mich nicht. Ja, komm. Scheiß drauf. Geh mal. Oh, jetzt kommt er. Oh, ja. Äh, hennus. Wo, wo, wo? Ach da. Oh, lol. Oh, lol. Wo ist denn der andere? Er ist da noch ein bisschen mehr. Äh, ich komm mal in die Hütter da rein. So, lol. Da kommen noch mal welche. Ehhh. Hier ist ne Kiste. Oh, ja. Toll, das hab ich alle schon. Äh, da kommt noch alle her. Ihr, alle was auch. Alter, lol, was ist das denn? Weiß ich kann grad nicht. Ja, passt schon, der andere hat mich geholt. Ich konnte ihn nicht mal im Nahkampf irgendwie, weil der hat mich sofort mit so einer Fernwaffe aufgespießt und dann irgendwie weggehalten. Achso, ja, der mit dem Galgen, ja. Äh, warst du in dem Haus drin schon drin? Ja, da ist nichts, außer Heiltrinke. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum, also wenn irgendwelche Gegner grad auftauchen, die wir schon oft hatten, und ich sag, hey, was ist das denn? Es ist ein bisschen Zeitl her, als wir das letzte Mal Bohrheimer gespielt haben. Deswegen, wundert's euch da nicht. Ey, kommst du da runter. Das war ziemlich speziell. Ah, perfekt. Was? Was? Oh, nee, dass, äh, die Äh, Gas, äh, die giftigen Pfeile ist so gut, ist nicht schnell. Kann man diese, äh, relativ starken Ratner natürlich mal verküften, abwarten. Okay. Wo müssen wir hin? Über diese Brücke, da würde ich sagen. Und Eingang zur Festung. Leben, und was ist das? Muni. Hä? Ich verstehe es gar nicht. Müssen wir unten lang? Ich glaube schon, oder? Äh. Ich weiß nicht, ich bin lieber runtergegangen, weil ich war mir nicht mehr sicher. Das ist eine Höhle. Ja, aber schlecht. Aber jetzt find's mir auch, wo so viele Halt drinke. Ja, weiß ich auch nicht. Warum? Doch. Oh. Okay, 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 okay. Oh, ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ist es so, der Panzerbrechende Waffen, die sind schon richtig stark. Ja, das glaube ich gerne. Ist die One-Hitten auch die ganz einfache? Oh. Oh, lol. Was ist das denn? Das kam jetzt unerwartet. Holy shit. Oh, lass mich in Ruhe. Der geht voll auf mich. Warum? Lol, Alter. Alter, hat sich weggehauen. Lol. Die war jetzt richtig, war das Deine? Wow, ich häng, ich häng. Das hat mich von der Klippe runtergehauen. Ah, die KI, äh, die KI kommt schon. Der beißt mir den Kopf ab. Lol. Der beißt mir den Kopf ab und jetzt brüht der mich. Der lässt mich nicht mehr los. Alter. Kann mich jemand holen? Ich häng hier an der Klippe. Ja, der hatte ich auch schon runtergehauen. Alter, ich bin hier gerade mit. Alter, der hat mich richtig hart geerwischt. Boah, das sind gerade so viele Viecher. Oh, der andere ist runtergefallen. Oh, er ist tot. Was? Nee. Boah. Ach so, der ist tot. Alter, das war jetzt hart. Der war jetzt echt hart, der Gegner. Holy shit. Vor allem, weil noch so viele Ratten gekommen sind. Und ich hatte keine Getränke, gar nichts, Alter. Nichts hatte ich. Außer Heiltränke. Ja, ich hatte jetzt die Bombe und noch irgendeinen angetrankt. Ich habe jetzt noch nicht besorgt, dass sie gewascht hat, aber... Cool, das war echt hart. Das war echt hart. Holy shit. Was ist hier? Lampenöl. Ja, toll. Heiltrum. Weg, 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 ich habe ausfusieren auf das Ding gehauen. Gut, passt. Das war ja voll in Flammen. Alter, wenn ich das Schuhe... Wärmenteich spielt, bekomme ich immer wieder Bock auf Tod Warhammer. Achso. Au, au, au. Ja, weil da macht mehr riesige Schlachten müde. Das sind ganz... Ja, klar. Ja, warum hast du dir eigentlich noch nicht das neue Tod Warhammer holt? Das wundert mich richtig. Weil eigentlich bist du doch so ein... Ja, ja, voll, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin froh. Ich habe keine Muni mehr. Das passt jetzt irgendwie nicht so richtig rein. Weil ich möchte mich dann irgendwie, wenn ich echt viel Zeit habe, dann das kaufen. Also ich wäre echt dabei, also wenn du dir das kaufst, kannst du es sagen, weil dann darf ich es mir, wenn du AKV, und da gibt es ja einen Koop, ne? Uah, das ist ja angezündet. Oh Gott, hat es mich erschrocken. Ich nehme das auf, weißt du, und sehe dann die Funken wegfrühen, während ich das aufnehme. Das war jetzt knapp. Ja, das ist Three Kingdoms, das können wir echt zusammen spielen. Ja, eben, da wäre ich voll dabei, also... Ja, gut so ist. Wenn du dir das holst, sag's Bescheid. Ich verband sie. Dann bin ich dabei. Perfekt. Weil ich habe auch mal wieder Bock auf in Tod Warhammer. Das letzte, das war... Ja, gut, das letzte war Tod Warhammer. Ja, ich glaube schon. Du weißt, wo du mal bei mir warst, oder? Ja, bei dir habe ich es gespielt. Also gekauft habe ich nie eins. Gekauft habe ich nie eins. Ich weiß noch, warum du die eigene Schlachten gemacht hast, und du hast dann mussten zusammengestellt, um die Schlachten, wo ich habe gespielt. Oh, du weißt noch, Rise and Fall. Oh, das war ganz... Oh, das ist schade, dass die nie sein... Und mich die ganze Zeit entfernt gedrückt haben, den ganzen Kleidern. Das ist eine lustige Geschichte, eigentlich. Weil, ähm... Ich war mal bei ihm, und habe mal Rise and Fall gespielt, und ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch Rise and Fall. Ähm... Das ist eigentlich auch so ähnlich. Da musst du auch so Türme und, und, und... Mauern bauen. Also einfach so ein normale Strategiespieler. Genau, eigentlich, und dann kannst du, ähm, zum Beispiel Kleopatra oder Alexander und so, und, äh, natürlich Soldaten herstellen oder, äh, ausbilden. Oder auch Zauberer oder sonst irgendwas, ein Priester, und ich glaube, ich war, ich glaube, ich war sogar Cäsar oder so. Hab die ganze Zeit Soldaten neu hergestellt. Und, ähm, ironischerweise, war, saß der Skull neben mir, und ich tue die ganze Zeit Soldaten herstellen. Soldaten, wie gegen die Kleopatra, die irgendwie haufeweise Priester hat oder so. Und er, ganz heimlich, drückt er die ganze Zeit, ich hab's nicht gecheckt, während ich die Soldaten herstelle, oder ausbilde, drückt er die ganze Zeit, äh, entfernen auf der Tastatur, und ich hab's nicht gerafft. Und dann sterben die natürlich. Und ich die ganze Zeit, oh, das gibt's doch nicht, warum sterben die die ganze Zeit, warum sterben die die ganze Zeit? Das müssen die Priester sein von der Kleopatra, die bringen meine Soldaten um oder so, das muss auch ein Zauber sein. Nein, ich hab's nicht gerafft, dass er die ganze Zeit entfernen gedrückt hat. Das war unfuckend schassbar. Ich hab ganz die Armeen ausgemärzt von dir. Alter, ich war's, also danach war ich, glaube ich, echt ein bisschen stinkig, weil das war echt zum Kotzen. Weil du dich dann auch richtig lustig drüber gemacht hast. Da kommt's drauf, ich glaube. Ja, im Nachhinein ist das eine lustige Geschichte zum Erzählen, eigentlich, aber... Holy moly. Ja, ja, ich kann ja nicht mehr vorstellen, dass du so nervig bist. Ich hab's einfach echt nicht gerafft, auf Anfang. Also, das war hart. Öh. Also, das war... Hardcore. Aber das Spiel an und für sich war geil, weil du konntest ja irgendwie in den Gegner, äh, in den Helden rein und dann selber kämpfen. Aber sowas gibt's gar nicht. Doch, 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 irgendwas gibt's. Das hab ich letztens erst gesehen, irgendwie sowas ähnliches haben sie wieder gemacht, wo du den Helden spielen kannst. Aber das soll relativ schlecht geworden sein, also... Okay. Aber so ein neues Rise and Fall oder so ein zweites Teil oder eine neue Auflage von Rise and Fall wäre schon mal geil. Das wär geil. Weil der Spiel, das war echt Fan. Das würd ich mir echt gefunden. Rise and Fall war der Hammer. Oh, ich glaub, in der Runde hab ich so extrem viele Eltern halt in die Kürze gepanzerten Ratten, die ganze Zeit. Scheiß. Gegner mit Schild. Ja, die nerven. Muss man da jetzt durch? Ne, da kommt einer. Ah, stopp. Läuft daneben gehauen. Ich weiß grad gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich weiß schon so viel, ne? Ich weiß nicht, wie man damit zielt, ne? Oh, lol. Ich mach voll daneben, aber... Wurscht. Ja, wahrscheinlich. Warte, ich beschütze dich. Ach, da hinten sind noch Kanonen. Ey, Katapulte. Alter, wozu hab ich denn euch KI-Types, wenn die in meinen Rücken nicht sterben? Wir werden's alleine machen. Wie, wie, wie zünd' ich das an? Ah, jetzt. Ja, okay. Ich glaub, du kannst gar nicht daneben schießen. Ich glaub auch. Also wenn du überhaupt keine Zielvorrichtung hast, dann... Nee, gar nicht. Ja, und jetzt? Weiter, oder wie? Nee, keine Ahnung. Nee, ganz wichtig, ich glaub noch. Noch mal. Ja, und du noch. Direkt. Ich kann ja nur Ziel drücken, wie ich feuert nun. Dann müssen wir noch mal, oder? Ja, ich glaub, du musst so lange, bis die Raste zu gesagt ein und dann irgendwann mal macht's von alleine. Kann ich hier irgendwie was tippen, hier ist irgendwo so... Müsste ich hier erst die Kugel holen jetzt, oder was, oder? Nee, glaub nicht. So, ich kann die Kugel holen, doch, lol. Ehrlich. Hinten steht's, ja. Warte, ich geh mal kurz. Kann ich hier einfach hier so... Und, nur? Loll. Hat sogar einigermaßen... Ah, lo, lo, wo ist die denn? Dreh, wo du jetzt. Oh, du kriegst was. Alter, die KI, Alter, die rennt, du kämpfst und die läuft vor dich und zieht die alles, Alter. Die KI, die ist richtig aufdringlich. Die ist immer genau dort, wo ich bin. Egal, wo ich hinrenne. Die läuft mir hinterher, die KI. Ja, du bist der Hoss. Ich glaub, du laufst ganz halt hinterher. Das ist richtig nervig, Alter. Kommst du mal runter? Lass uns zusammen hingehen. Ja. Bin schon da. Kommen wir da jetzt noch rum? Keine Ahnung. Da war. Wie die Tür? Ah, da geht's. Ah, ne Treppe. Die war jetzt nicht so hoch? Nee, die war jetzt nicht so. Kommen wir da irgendwie. Ah ja, hier kann man hochgehen. Klingt das was? Ja, hier kommt man hoch. Weiß zwar nicht, ob das der offizielle Weg war, aber... Loll. Loll. Ja, wird schon passen. Warte, ich komme zu dir. Ja, bitte, weil ich kann nur mit der Hand schlagen. Ah. Loll, aber... Ach so, kannst du jetzt irgendwie zurückstoßen. Funktioniert aber ganz gut, dass zurückstoßen eigentlich. Alter, das ist ne riesige Kanonenkugel, Alter. Ehrlich? Alter. Die ist fünf Meter so groß wie dein Kopf, mindestens. Ja, ja, die sieht auch auf meinem Bildschirm ganz schön groß aus. Ja, die habe ich doch schon mal zerstört, oder? Loll. Das war ein paar andere. Kriegst durch die Belagerung, welche Belagerung? Ah, no. Ja, no. Kommst du noch weg? Ich glaube hier rum, das vielleicht? Nein. Äh, ah, hier unten ist das Tor offen jetzt. Ich weiß nicht. Warum rennen die weg? Loll. Loll. Alter, voller Schocken. So, briben, aber fucker. Dachten wir, dass ich gerade... Irgendwo eine ist, ist sie nicht da. Was ist er denn? Der ist gerade... Loll. Hä, wusste ich. Nein, wurscht. Er hat sich gerade weg, teleportiert, das Sack. Ja, ist das. Oh, ne, passt. Gut. Oh, die Belohnung und... Ich habe keine Spezialfähigkeit, wenn du kommst. Auf ins Ziel. Achso, lol, das war schon. Oh, okay. Ja, okay, das war schon, ja. Ich hätte auch gedacht, wir müssen da irgendwie noch weiterkämpfen. Ja, hey, easy peasy. Easy going. Nice. Ja, aber Total War hatte ich aber wirklich mal wieder Bock. Hm. Ich finde es echt schade, dass sie das, äh... Total War Arena... Das war so ein perfektes Spiel für zwischendurch. Ja. Wir haben so eine Zeit lang zwar nichts mehr gespielt... Das war vielleicht das Problem. Aber... Wieso eigentlich? War man kack geworden, oder was? Was war denn? Ich weiß nicht, was war ich glaube. Genau, weil irgendwie das Aufbau-System so ein bisschen merkwürdig war. Ja, 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 da war irgendwas. Da war was, ne? Da war was, ne? Da war irgendwas. Klar, jetzt hat er wieder 100... Was? Was? 120 Killsmeter? Das ist nicht mehr wie du hier. Verstehen. Na, wurscht. Ja, ich habe einen Bogen sehr wenig benutzt. Okay. Ja, du spiel kannst du eindeutig besser als ich. Oder du hast einen Messer an Charakter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich find halt die Waffe einfach extrem stark. Ja, ich find's mehr. Ja, ich find's mehr. So. Also wir haben nix gesammelt, ne? Also keine... Nix besammelt. Ne, dann... Ich hab auch keine Kisten, gar nichts. Das ist echt hart. Toll. Ich hab nur Mist bekommen grad. Ich hab nur nie so wenige... Herausforderungen hab ich auch keine abgeschlossen. Also das war jetzt so ne richtige Nullrunde irgendwie. Doch, ich hab irgendwas abgebaut da doch. Schließe einen... Gossen auf erste Luft. Naja, cool. Ne, ich hab nix. Naja, gut. Ja, das war jetzt grad am Schluss mit der... Spezialfähigkeit. Knie nieder. Wie sag ich denn? Knie nieder. Ich mach hier grad was auf. Lass mich mal her. Weee. Ah gut, ähm. Ich hab sogar... Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Warte, ich mag jetzt einmal noch gucken, wie viel Mission haben wir denn noch. Weil theoretisch dürften wir nicht mehr so viel haben. Eins. Und dann noch die letzte. Also zwei Stück noch. Dann... Haben wir es eh fast geschafft. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Und... Ciao. Ciao Ikowski.